Liebe Easy Sports Familie, unser Lockdown wurde nun verlängert bis zum 20.12. Was eine schöne Bescherung. Aber wir respektieren die Entscheidung unserer Bundesregierung. Leider aber nur mit einem ganz, ganz schweren Herzen. Das bedeutet für uns, dass wir nach wie vor nur auf Entfernung mit euch trainieren können. Wir bieten immer noch Live-Kurse an und bei Easy Sports TV auch Kurse, Kochkurse und Workouts. Ganz neu dabei ist die Idee von Vasi, Andi und Kevin. Trainingspläne für zu Hause. Da ruft ihr einfach bei uns an und schreibt uns und wir können individuelle Trainingspläne für euch dann erstellen. Was mir noch wichtig ist, gebt eurem Körper keinen Lockdown. Geht raus in die Natur, macht unsere Kurse, esst gesund und vor allem haltet Abstand vom Suchfach. Euer Johannes. Bis dann. Tschau.